Die Buhlsche Algebra ist eine Binäralgebra. In ihr kann jede Aussage nur zwei Werte annehmen. Ja, nein, war, falsch, 1, 0. Die Ziffer 1 entspricht war, während die Ziffer 0 falsch entspricht. Wie in der gewöhnlichen Algebra, so können in der Buhlschen Algebra Aussagen durch die Buhlschen Operatoren miteinander verknüpft werden. Wird der Buhl-Operator NOT auf die Aussage, die Lampe brennt, verwendet, so ist das Ergebnis, die Lampe brennt nicht, falsch. Werden die Aussagen, die Lampe brennt und die Lampe hat 60 Watt, mit dem Buhl-Operator OR verknüpft, ist das Aussageergebnis wahr, wenn eine oder beide der verknüpften Aussagen wahr sind. Wird stattdessen der Operator AND verwendet, müssen beide Aussagen zutreffen, damit die verknüpfte Aussage wahr ist. Buhl-Operatoren können durch Schaltkreise realisiert werden. Solche Schaltkreise sind die Grundlage von Digitalschaltungen und Schaltkreisen.